Papiergestützte Bestell- und Abrechnungsprozesse fressen bei Ihnen viel Zeit? Das geht effizienter. Durch den E-Einkauf der TEK Service AG. Kaufen Sie im TEK-Einkaufsportal gleichzeitig bei mehreren Lieferanten zu Ihren Konditionen ein. So werden Mitarbeitende entlastet und Transparenz- und Steuerungsmöglichkeiten geschaffen. Dank Schnittstellen und der Einbindung Ihrer Lieferantenkette eröffnen sich strategische Handlungsfelder wie Nachhaltigkeit oder Regionalität. Durch den Zusammenschluss zu Einkaufsgemeinschaften erhöhen Sie gleichzeitig die Belastbarkeit in Ausnahmesituationen. So erwies sich der E-Einkauf bereits bei der Fluchtbewegung im Jahr 2015 und 2022, in Zeiten der Corona-Pandemie und beim Hochwasser 2021 als wendig und robust. Gleichzeitig schaffen Sie mit jeder getätigten Bestellung die Grundlage für Leistungsbeschreibungen oder Abrechnungsdokumente. Eine clevere und effiziente Lösung, die Zeit und Geld spart. Und das alles ohne Softwarelizenzierung und innerhalb kürzester Projektzeiten. Dabei ist die bewährte TEK-Einkaufslösung vergabe- und DSGVO-konform. Über ein einziges digitales Verwaltungsportal erfolgt die automatisierte Auftragserteilung an den jeweiligen Lieferanten. Die Erzeugung von Abrechnungsdateien, die Steuerung von Reklamationen, Artikelanfragen oder Bestellerstammdaten und vieles mehr. Für einen spürbar leichteren Arbeitsalltag. Vom Einkauf über die Vergabe bis hin zur Abrechnung. Neugierig? Vereinbaren Sie gleich einen Termin oder besuchen Sie uns.